So, und es war vorher alles zurück, alles dran. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich wünsche euch wieder viel Spaß, geben können wir viel Erfolg und alles andere natürlich. Sofort, ich kann euch beruhigen, schneller wird es vorgehen. Ja, aber wir müssen ein bisschen Energie sparen, deswegen müssen wir, wir spielen nicht mehr langer noch. Oder immer noch anders, wir machen auch ein bisschen Licht aus und hoffen mal, dass wir ein bisschen ein Anfänger kriegen. Und, und schießen wir schon. Ja, ich sag, da tut die was, ne? Und da tut die was. Da tut die was, es wächst dann auch. Das funktioniert. Ja, meine Junge, jetzt ist die Junge auch genau. Ja, mein Junge, Ja, das war so, 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 so. Komm vorne, schwingt die Hüfte, schwingt die Hüfte. Wir machen unsere Geräusche Schmeidung, wir haben Hummer. Und Hummer. Und mal sieht man die Geräusche aus. Hier sind wir mit der Hüfte. Wir sehen uns die Hüfte, die Hüfte machen. Wir haben noch die Hüfte gemacht. Wir haben noch die Hüfte. Wir sehen uns die Hüfte auch schon aus. Wir wollen das hier. Du bist so schön. Lava Kwan, der Omen in Kwanzaaksella. Wie sieht's aus? Alles noch ein Buller bei euch? Ich hab da gerade eine ganz schön Kreische gesehen, alles klar bei dir, ja? Hier vorne vielleicht, war das hier vorne? Ja, bei dir alles gut? Boah, geht noch, ne? Na gut. Wollt ihr überhaupt noch mehr? Hallo, der Rest, wollt ihr noch mehr? Also, Englisch schreiben wie bei Mädels. Jetzt alle zusammen. Wollt ihr noch eine? Ja! Mann, Palladon, ihr könnt auch noch mehr, ja? Wie ist das auch wohl? Ich sitze nicht drüber. So, pack mal kurz eine. Ich geb euch noch eine Chance. Ihr seht schon der Tagstellung? So. Wollt ihr noch eine? Ja! Na gut, aber nur, dass du los bist. Machen wir's dann nach vorne. Einige, 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 einige. Echt, 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 Echt! Getschnecht! Getschnecht! Und wieder auf der anderen Seite ist einigen, wer dem Flash. Getschnecht. So, folgen noch ein bisschen Schalaum? Folgen noch Schalaum? Da ist der Warnig Rezo, Warnig Rezo! Der Warnig Rezo. Das war's. 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 Das war's.